Hallo liebe Abonnenten! Kurze Ankündigung, ich muss mich entschuldigen dafür, dass momentan überhaupt keine Videos hochgeladen werden. Das liegt daran, dass zum Beispiel bei Battlefield, Bad Company 2, man bei vielen Servern bei einem Ping von über 200 gekickt wird. Warum auch auf einmal der Server, ach der Server, der Ping so hoch ist, weiß ich ganz ehrlich nicht. Ich werde gucken, eine 32.000er Leitung zu bekommen, dann müsste es ja wieder normal laufen. Und außerdem werde ich mich generell jetzt nur noch auf die Kampagne von Spielen hauptsächlich beziehen und nicht mehr auf die Online. Also wenn die Verbindung dann da ist, würde ich online spielen, aber sonst werde ich nur die Kampagne spielen. Wenn ihr Vorschläge habt, welche Spiele ich spielen soll, jetzt kommt nicht mit Battlefield 3 oder Modern Warfare 3, das spiele ich beides wahrscheinlich sowieso. Auf jeden Fall Battlefield, aber das kommt halt erst im November bzw. Oktober. Also jetzt, was ihr gerne sehen würdet, also League of Legends, also LOL, wen es interessiert, würde ich auch machen. Da muss ich noch auch mit der Verbindung gucken, weil da habe ich auch momentan vieles, also generell gibt es momentan technische Schwierigkeiten. Wenn ihr wollt, dass noch Minecraft Parts kommt, das ist kein Problem, Minecraft geht immer, nur halt eben nichts anderes. Ja, dann hoffe ich, dass ihr das versteht und bis zum nächsten Mal. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.